Lady, you're the next vlog. Wo? Komm, aufstehen. Aufstehen. Komm, aufstehen. Komm, aufstehen. Komm, aufstehen. Komm, aufstehen. Komm, aufstehen. Lady. 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 Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist da? 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 Hi guys and girls, it's me Dominik from Germany. Welcome everybody to my homemade cooking lesson. We are going to get started. 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 We are going to get some turmeric spicy after. We are going to make this close to finish. We are going to give it in all near the ends. So, ich habe ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal. Und Fisch Steaks. Das ist gut, aber es ist gut. Vielen Dank. Das war ein Scherz. Das war das, was ich nur sagen muss an engsten Mitgliedern, ja, muss halt schmecken. Jetzt ist es gut. Ja, dann mach zu, dann machen wir das aus. Dann machen wir das aus da hinten. Dann bleibt es heiß, fertig aus dem Haus. So, dann auf den Fisch. Das kommt dann in den Gau rein. Maki ist drin? Genau. Maki spicy. Ich schenk dir nächstes Mal eine ganz große Maki-Flasche. Aber nö, nö, nicht für mich. Für dich, du brauchst das jeden Tag. Ja. We're only waiting for the fish. Wir müssen mal aber richtig antworten. Dann will ich noch mal gucken. Das ist meine Minuten pro Seite. Mehr. Das wird die großbraun sein. Fünf Minuten pro Seite. Das ist die Flamme da so schnell. Naja, das kommt gleich. Ja. Mal gucken, dass schön drauf ist. Ja. So, ich mach mal was drauf. Oh, langsam neulich was. Wurzeln. Das ist die Flamme da so schnell. Hi, das ist mir wieder. Ich hoffe, ihr habt meine sehr schön-kooking-Honemate-Style. So, yummy. Only 10 Minuten left. And the fish is ready. So, yummy. So, there we have the spinnack. With some pepper, spiced turmeric. Really yummy, delicious, or tasty. Hi, guys, girls. Welcome back to my channel. Now, one of the last dishes being cooked right now means the fish. Look, everybody, right here. It's very yummy. Only two minutes to turn over. And I guess another three minutes it's over. Now, it takes a little more time. Guten Appetit, everyone. That was my cooking. I wish you can try to taste it. It's really yummy. And he's made here in Germany, this dish on the channel of Marina and Main. Thanks for watching. Bye-bye.